Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf euren Lieblings-YouTube-Kanal bei American Substance, ein Online-Shop für Sport, Nahrung, Bodybuilding und Gesundheit. Es geht weiter mit Evogen Nutrition und Evogen Nutrition Evosal ist ein fantastischer Enzymkomplex aus verschiedenen Enzymen, der euch dabei unterstützt, wie ihr alle Nährstoffe, die er aufn, einfach nochmal optimal spalten und im Dünnarm aufnehmen könnt. Denn ihr achtet stark auf eure Ernährung, ihr achtet auf die Makronährstoffverteilung, ihr greift zu cleanen Lebensmitteln, das ist alles wunderbar, aber wenn der Körper nicht in einem optimales Umfeld ist, dass er diese Nährstoffe auch alle korrekt spalten und aufnehmen kann, dann vergeht euch da unheimlich viel oder ihr vergeudet unfassbar viel Potenzial. Und ihr wisst bei Evogen Nutrition CEO Haini Rambot, 20 Mr. Olympia Titel aktuell, mal schauen, wie es im Dezember aussieht, ob da noch was dazu kommt, wir hoffen, wir gehen auch stark von aus, aber er hat ja auch Biologie und Neurophysiologie studiert und ihm war es ja wichtig, von Anfang an eben erstmal für sich bzw. für seine Schützlinge hochwertige Supplements zu produzieren und mit der Zeit wurden sie ja quasi uns dem Fußvolk eben zur Verfügung gestellt. Nein, Spaß beiseite. Und daher wisst ihr immer bei Evogen Nutrition, ihr habt da echt hochwertige Supplements. Ja, wir schauen uns einfach nochmal eben den Inhalt an, also 60 Kapseln, ne, Dosierung ist eine Kapsel. Ja, ihr habt Protease mit drin enthalten, Laktase, Amylase. Das heißt, hier merkt ihr schon eben, es geht wirklich auf die einzelnen Bausteine, die gespalten werden müssen und habt ihr hier noch weitere Enzyme eben mit drin enthalten und somit optimiert ihr damit eure Nahrungsaufnahme. Ja, ich kann nachvollziehen, dass manch einer sagt, ja, Evogen, der Preis und so ist manchmal so ein Hindernis, aber ich sag mal so, die Leute, die Evogen getestet haben, die bleiben auch dabei in der Regel, also das ist ganz klar, ja, weil ihr bekommt hier wirklich das Optimum. So, ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert, das wäre echt toll, verpasst kein Video, aktiviert dafür die Glocke und wenn ihr Wünsche habt, schreibt es unten in die Kommentare, wir kümmern uns drum. Bis bald, ihr Lieben! Bis bald, ihr Lieben!